. Erstmal habe ich Hallo gesagt und ich habe jetzt den ersten Training gemacht. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich muss auch sagen, ich bin sehr zufrieden. Zum ersten Training habe ich das, was ich hoffe, von jedem Spieler so gesehen. Und das war für mich ein sehr gutes, erstes Training zu sagen. Ja, von heute ab werde ich mit den einzelnen Spieler so viele Spieler wie möglich zu sprechen, um ihn kennenzulernen, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch. Ich fühle mich sehr wohl im Hotel, ich wohne in der Innenstadt. Ich habe mich gestern ein bisschen herumgeguckt und es ist ein sehr schönes Stadt, ein schönes Stadion. Und jetzt auch hier auf dem Platz, schöne Plätze, ich fühle mich sehr wohl.